Und dann muss ich sagen, ich bedanke mich wieder, weil hier ist etwas ganz Tolles erschienen über uns und das hat Makiko uns geschenkt und ich finde es sehr toll, ich habe reingeblättert und ich muss sagen, die Fotos, ja. Die Fotos, ja. Vielen Dank. Die Fotos, ja. Die Fotos, ja. Die Fotos, ja. Und ich spiele den Helm. Ach, das war gut, du spielst den Liedhaber. Ich grüße Sie in Schalk. Ich grüße Sie in Schalk. Ich glaube, das klappt auch mit Madame, äh, Mr. Kienau, oder? Ja. Das ist ja mein Fenstergeschein. Wir stehen hier. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Ja. Kann sein. Ich hoffe es jedenfalls. Darf man erfahren, wo? Oh, wo kann ich noch nichts sagen? Oh, was hast du denn, mir kannst du doch vertrauen. Ja. Ich würde es dir wirklich gerne erzählen. Ja. 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 Wie ich zum Theater kam. Als Kind bin ich zum Theater gekommen, weil ich in einem Laden ein Theaterchen gesehen habe. So was. Und, äh, diese Theaterchen habe ich gekauft und habe ich angefangen mit Puppen zu spielen und für die Nachbarn. Und die Nachbarkinder kamen und guckten und ich erfand so Geschichte. So bin ich zum Theater gekommen, äh, schon als Kind. Dann, eben mit 17, bin ich weiter, habe eine Truppe gehabt in Italien, habe ich mit vielen Schauspielern gearbeitet und das hat mir unheimlich gefallen, weil das war immer in Kontakt mit Menschen. Und dann, äh, bin ich, äh, einfach mit Tournee unterwegs gewesen in Italien. Und aus Zufall bin ich nach Berlin gelandet, von Berlin nach Wiesbaden und, äh, am Theater Finits in Venedig und in Rom. Und in Wiesbaden habe ich Gabi kennengelernt und das bedeutet Gabi für mich viel, weil, äh, äh, sie auch praktisch diese Theaterin der Organfabrik, äh, mehr oder weniger mit mir gegründet hat. Äh, äh, wir waren am Staatstheater und wir sind, äh, einfach weg und ich habe eine große Begegnung und ein großes Glück gehabt. Ich habe Pina Bausch, die Choreografin und Tänzerin kennengelernt. Und ich habe die Stücke, die italienischen Texte, die in der Stücke vorkommen, übersetzt. Und, äh, ich muss sagen, ich habe auch die Tournee begleitet und ich habe gelernt bei ihr, dass es, äh, im Theater um Menschen geht. Das ist viel wichtiger, als wenn man, äh, äh, nur ein, ein, äh, wie soll ich sagen, wenn nur ein Spektakel macht für die anderen. Wichtig ist, die Menschen anzusprechen und dass die Menschen eine Fantasie entwickeln. So, und, äh, das war für mich Theater dann wichtig. Theater war wichtig, weil, äh, ich eben mit Menschen in Kontakt gekommen bin und da haben wir die Orgelfabrik entdeckt. Auch aus Zufall, hier in Karlsruhe. Die Orgelfabrik, äh, ist dieses schöne Gebäude. Das ist die Arbeit, die wir machen seit 33 Jahren. Wir schreiben die Stücke selber, beziehungsweise die Gabi schreibt die Stücke, äh, weil ich natürlich auf Deutsch nicht, äh, so, äh, machen kann. Und, ähm, wir haben dann eine Truppe gehabt, die, äh, immer wieder kam und wir sind wie eine Familie. Also, ich betrachte das Theater wie eine Familie. Das heißt, dass man miteinander redet und auch miteinander ist und so weiter. Äh, wie die Stücke entstehen, also es wird eine Vorlage und dann arbeiten wir mit den Schauspielern und versuchen wir das Stück zusammen zu machen. Und so sind, äh, so um die 50 Stücke in den 33 Jahren Aktivität hier in diesem Raum. Äh, was soll ich noch sagen? Ich freue mich immer hier zu kommen und, äh, ich finde, dass, äh, mein Leben damit erfüllt wird, auch mit Theater. Dass Theater eine Bedeutung hat, weil, äh, Leben ist wichtig, aber das Theater ist auch für mich wichtig geworden. Ja, das wäre jetzt alles, was ich, äh, zu erzählen habe. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir haben inzwischen natürlich das Problem Coronavirus, das ist ganz klar. Und wir haben auch den Raum hier in eine außergewöhnliche Form umgestaltet. das heißt, wir haben versucht, die Zuschauer anders sitzen zu lassen. Das ist eine Neuigkeit für uns. Und die Spielweise hat sich auch geändert, wegen Abstand, wegen, äh, und das ist jetzt alles neu. Das ist durch diese, diese, äh, ähm, ähm, was jetzt passiert ist in der Welt und was die Welt verändert hat, dieses Coronavirus, weil hat die Welt verändert, in jeder Beziehung, ist auch unsere Arbeit verändert. Und was ich für die Zukunft denke, ist, äh, eine Möglichkeit ist, neue Formen, um Theater zu finden. Das ist die Arbeit, die wir gemacht haben hier, und da habe ich alles, ich bin fast am Ende, wie Sie, wie Sie sehen, bin ich bei dem letzten hier. Und dann muss ich sagen, äh, ich bedanke mich wieder, weil hier ist etwas ganz Tolles erschienen über uns, und das hat Makiko uns geschenkt, und ich finde es sehr toll. Ich habe reingeblättert, und ich muss sagen, die Fotos, ja. Na, Makiko? Ja, dankeschön. Ja, ne, sie sind sehr, sehr schön. Also, ich empfehle dieses Buch, um weiter die Orgelfabrik und das Theater in der Orgelfabrik zu kennen. Vielen Dank. Reicht dir? Ja. Oder soll ich den Text, wie du willst? Ja, ne, ich bin sämisch. Sämisch, weil du festhalten. Weißt du, was ich meine? Nein, ich soll für das Volk, nicht nur Sie entsprechen. Nicht nur Sie, weil sonst sind die ausgeschnitten oben. Ja, okay. Das geht darum, äh, ich weiß, dass es später ist. Soll ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen hochrolle? Ich fange mal, ich fange dann an und gehe rein. Ja? Und nicht schätzen, äh, bleib mal. Mit dramatischer Liebesinn. Es wird sicherlich ein riesen Erfolg und sehr gut bezahlt. Und mein Vater, ein hervorragender Tänzer. Sie würden es nicht bereuen. Das sind mir sicher. Vielleicht wären Ihnen Ihre Freunde noch einmal dankbar. Genau das. Ihr fein mitiges Entgegenkommens schätzen. Ich helfe gerne. Nein, nein, nein. Ich amüsiere mich dabei. Wenn die... Lass mich hören. Wenn die Sache überzeugend ist. Überzeugend? Zwei, dreihundert? Es geht um Tausende. Ja, wenn ich etwas Gutes tue. Alles geredet? Alles geredet? Alles geredet? Alles geredet? Ich sage euch, alles geredet? Ja. Es kommt der alte Text von mir, die die Interesse haben. Das müsste erfallen sich jetzt hier. Wir müssen die Interesse haben. Weil du bist auch dabei dann. Das bezieht sich auf die alte Fassung. Also. Ich würde erst dreimal sagen, wir sollen zu den Türken gehen. In eine Seidenverbindung.